Guten Morgen aus Minden. Ich treffe heute die Beigeordnete für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit Stefanie Duensing und freue mich sehr, dass sie da ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße Sie, Herr Bermann. Wir wollen uns hier einfach so ein bisschen über Minden und über vielleicht Parsifal unterhalten und ich interessiere mich zuallererst dafür, Sie sind ja eine Zugereiste hier in Minden, Sie sind keine in Minden Geborene und Großgewordene. Was bedeutet diese Stadt für Sie? Also erstmal ganz viel Interessantes und Spannendes. Also man erlebt ja, wenn man zureist und die Stadt vorher noch nicht so gut kannte, alles ganz neu und das ist ein Erlebnisfeld mit ganz tollen Angeboten und ich erlebe auch die Mindener und Minderinnen als ganz aufgeschlossen und sehr kulturinteressiert und die brennen einfach auch für ihre Stadt hier. Also mit so einem neuen Blick da drauf ist das wirklich eine ganz rege und ganz spannende und lebhafte Stadt. Sehr dynamisch finde ich auch. Wir sind ja immer in größeren Zeitabständen hier und das fällt immer wieder auf, dass die Stadt unglaublich dynamisch ist. Irgendwas ist hier anders und ich kann es nicht so richtig greifen, woran das liegt. Haben Sie schon eine Ahnung, was hier den Unterschied ausmacht? Ich glaube, dass alle so ein großes Interesse daran haben. Also die Schulen, die aufspringen, wenn das Theater sagt, wir wollen Workshops mit euch machen und motiviert eure Schüler und Schülerinnen mitzumachen. Die Lehrer natürlich, wie Sie gesagt haben und Lehrerinnen, die sich die Zeit ja außerhalb des Unterrichts dafür nehmen müssen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wo der Ursprung herkommt. Ich würde es gern wissen, wenn einer weiß, wie das entstanden ist, aber es hat sich so getragen durch die Zeiten. Es ist vor Corona schon so umfangreich gewesen, so wie Sie gesagt haben, dass sich das so erhalten hat. Wir haben ja nach Corona die Hoffnung gehabt, dass vieles dann noch mal verstärkt weitergeht, weil ganz viele, die vorher sehr stark in der Kulturszene sich bewegt haben, dann nach drei Jahren sagen, jetzt wollen wir unbedingt wieder. Und eigentlich, nehmen aber Kulturbetriebe wahr, dass es eher anders ist, dass so Gewohnheiten sich eingespielt haben, die außerhalb eines Kulturbetriebes sind. Und das empfinde ich in Minden nicht so stark, wie in anderen Städten. Sondern hier sind alle mit, oder die meisten, die vorher so begeistert waren, auch wieder hier. Schön. Jetzt sind Sie Beigeordnete für, ich versuche das noch mal in der richtigen Reihenfolge aufzuzählen, für Bildung, für Kultur, Sport und Freizeit. Genau. Ist das ein gutes Feld, dass immer, können Sie das zusammenbringen, diese unterschiedlichen Bereiche? Oder ist das wirklich so, Sie machen Montagsbildung, Dienstagskultur, Mittwochssport und Donnerstagsfreizeit, ja am Wochenende Freizeit wahrscheinlich? Sieben Tage die Woche. Es gibt natürlich Bereiche, die ausschließlich in den einzelnen Themenfeldern sich verorten. Aber es gibt einfach, oder die meisten haben Schnittpunkte. Das fängt bei kultureller Bildung an. Also das heißt, das Weitertragen von Kulturinhalten, die für uns und für unsere Geschichte ja auch wichtig sind. Das fängt ja in der Kita, in der Schule idealerweise an, um hier diese Werte dann auch zu vermitteln. Und da gibt es wahnsinnig viele Überschneidungspunkte. Und da sind wir wieder bei diesen Workshops und diesen ganzen, diesen vielen kleinen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Eltern, Senioren, die hier natürlich immer durch Kulturangebote ein großes Stück Bildung vermitteln und bei Bildungsangeboten eben ein großes Stück Kultur. Das ist tatsächlich so, dass wir also aus der kulturschaffenden Perspektive heraus, dass wir natürlich uns immer und noch viel mehr wünschen, dass Bildung Teil des Ganzen wird. Weil was wir sehr stark beobachten, schon seit, also ich beobachte das schon seit 20 Jahren fast, dass die Bildung, also dass die kulturelle Bildung irgendwie immer weniger wird. Und dadurch wird natürlich auch die Möglichkeit überhaupt sich auseinanderzusetzen mit kulturellen Inhalten ein bisschen reduziert. Also wir haben jetzt hier die tolle Situation, dass es unheimlich getragen wird und dass es eben auch in den Schulen schon vorbereitet wird. Und das ist so das, was man sich eigentlich immer wünschen würde. Vielerorts ist es aber so, dass ganz viele Menschen gar nicht mehr damit in Kontakt kommen. Also dass sozusagen die Grundlage gar nicht geschaffen ist dafür, dass man später mal ins Theater oder ins Konzert geht. Von daher finde ich das toll, wenn so ein Amt dann das vereint. Es ist halt, wenn ich das mal kurz sagen darf, natürlich auch immer eine Finanzierungsfrage. Also das weiß man im Kulturbereich. Man kämpft eigentlich immer um ausreichende Finanzen und so ist es natürlich in der kulturellen Bildung bei diesen Angeboten auch. Sie müssen, um Menschen frühzeitig an Kulturangebote heranzuführen und dass sie dafür, oder dass sie diese sinnliche Erfahrung auch machen, können sie auch ausprobieren können, was ja auch viel zur Persönlichkeitsentwicklung dann beiträgt. Um wirklich uns die Kinder schon zu schnappen und zu sagen, Mensch, guck mal, dass es macht Spaß. Ihr könnt euch frei entfalten. Ihr dürft Ideen sammeln. Ihr dürft kreativ sein. Und das muss am Anfang etwas sein, was ausreichend unterfüttert ist mit finanziellen Möglichkeiten, damit wir das auch entsprechend anbieten können. Und auch hier muss ich sagen, ist die Stadt Minden wirklich im Vergleich zu anderen Städten ein Vorreiter, auch was die Kulturentwicklung überhaupt hier in der Stadt angeht. Das wäre ja auch leichter, dieses Vermitteln von der, sagen wir mal, Möglichkeit und auch der vielleicht Notwendigkeit dahin zu gehen, wenn man den Mehrwert darstellen könnte. Wie schaffen wir es denn, Ihrer Meinung nach, in unserer Gesellschaft allgemein, nicht nur in Minden, diese Mehrwerte mal wieder ins Gespräch zu bringen? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn Menschen in Situationen kommen, wo die Themen, die Lebensthemen ernster werden. Da wird dann auch das Interesse an klassischer Kultur wieder größer, weil da genau solche Fragen zum Teil auch behandelt und zum Teil sogar beantwortet werden. Meinen Sie, sowas kann man in Bildung einfließen lassen? Unbedingt. Das passiert ja auch an ganz vielen Stellen schon. Sie erreichen ja Menschen immer dann, wenn sie sich emotional berührt fühlen. Das hatten Sie ja auch schon gesagt. Und das ist natürlich bei Popmusik viel eingängiger als jetzt bei so symbolhaften Geschichten wie bei den Werken von Wagner oder wenn man an Märchen zum Beispiel denkt. Das sind dann heutzutage viele Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene, nicht mehr gewohnt, das für sich zu entschlüsseln, diese Symbole. Aber gerade diese sehr starke Auseinandersetzung, dieses Hineindenken, was könnte das bedeuten, verinnerlicht ja dann dieses Thema viel stärker, als wenn Sie einen Popsong hören. Wir mögen andere widersprechen, aber ich habe ja viele Jahre lang, also von Hause aus bin ich Pädagogin, mit Kindern, Jugendlichen, Senioren auch gearbeitet, auch was Symbolik, Märchen und sagen wir mal so tradierte Geschichten auch angeht. Und das ist also wirklich ein ganz tolles Erlebnis zu sehen, wie Menschen diese Geschichten aufnehmen, diese Symbolik, wenn man ihnen dabei helfen kann, das zu entschlüsseln für sich selbst und wie das denn sich so verankert. Und wenn ich so diese schwierige Auseinandersetzung mit solchen verklausulierten Themen selber erlebe und am Ende so diese Hoffnung dann für mich finde und das auf mein eigenes Leben übertragen kann, das, glaube ich, prägt einen. Es entwirft, also weil Sie gerade sagen, Mythen, Märchen in dieser mythologischen Geschichte, Parsifal, die ja nicht von Wagner erfunden worden ist, die es schon im Mittelalter gab, Wolfram von Eschenbach, der französische Parsifal und so weiter, entwirft sich ja oder wird ein Bild entworfen von einer besseren Welt. So eine Welt wünschen wir uns ja heute auch. Also wir sind ja heute mehr als vielleicht jemals damit beschäftigt, wie wir unsere Umwelt, unsere Welt so gestalten, dass sie lebenswert bleibt oder vielleicht noch lebenswerter wird. So ganz persönlich, was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das in so wenigen Sätzen beantworten kann. Ich glaube, und nochmal zurück auf Parsifal, es ist ja auch eine Entwicklungsgeschichte. Das heißt, da entwickelt sich ein junger Mann ja zu einem Held einer Geschichte, um genau diese zukünftige, bessere Welt herzustellen oder sich daran mitzubeteiligen. Und ich glaube, das ist genau der Weg. Das heißt, wir müssen Kindern, allen Kindern die Möglichkeit geben, sich so zu entwickeln, dass sie sich frei entfalten können und sich frei bilden können, um mit einem klaren und wachen Auge auch auf die Welt zu gucken und sie auch richtig einordnen zu können. Danke für das Gespräch. Gerne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020